Hey, du bist auf der Suche nach Tipps und Inspirationen zum Thema Urzeitkrebse? Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich bin überzeugt, dass du Urzeitkrebse züchten kannst und zusammen mit mir als dein Zuchtcoach und unserer unfassbaren Community wird dein Wunsch eines wunderschönen Urzeitkrebs-Aquariums Wirklichkeit. Let's go! Moin ihr Hobbybiologen, es ist soweit. Welt der Triops möchte mit dir zusammen richtig durchstarten. Denn ich möchte zusammen mit dir die größte Urzeitkrebs-Community in Deutschland aufbauen. Pass auf, schauen wir uns doch mal an, was deine Vorteile sind. Du wirst ab sofort wöchentlich neuen Content und echtes Expertenwissen zum Thema Urzeitkrebse bekommen. Bisher hat keiner kostenlos solche Insider-News rausgehauen, weshalb ihr echt gespannt sein könnt. Ich bin ab sofort nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Instagram unglaublich aktiv und poste exklusive Infos und wunderschöne Bilder. Hast du es aussagt, dass deine Zuchten einfach nicht so funktionieren, wie du es dir wünschst oder du einfach ganz neu in die Zucht von Urzeitkrebsen einsteigen willst? Kein Problem. Ich will, dass wir uns in dieser Community untereinander helfen. Damit ich allerdings mega nice Content für dich produzieren kann, brauche ich deine Hilfe. Ihr könnt hier unter diesem Video schreiben, was euch inspiriert oder wo ihr Fragen habt. Ist das nicht geil? Du wirst Mitglied in einer der größten Urzeitkrebs-Communities Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hol alle deine Freunde ran, die sich auch für Urzeitkrebse interessieren. Lasst uns zusammen wachsen. Euch werden in Zukunft Projekte erwarten, die es so noch nicht gab und die ich in den letzten paar Monaten ganz ausführlich geplant habe. Es wird ein Forum und eine Welt der Triops Website geben. Du wirst Livestreams und exklusive Webinare mit absoluten Experten-Tipps erhalten. Du bekommst Zutritt zu einer der exklusivesten Facebook-Seiten, die es im Bereich der Urzeitkrebssucht überhaupt gibt. Und in dieser Gruppe werden wir über alle Themen in Sachen Urzeitkrebse diskutieren und uns austauschen können. Aber da wir ab sofort eine Community sind, möchte ich, dass wir alle zusammenarbeiten, dass wir uns untereinander helfen. Und ich freue mich schon riesig auf diese Zusammenarbeit mit euch und dass ich euch hoffentlich helfen kann, dass auch ihr ein wunderschönes Triops-Aquarium zu Hause stehen haben könnt. Und wenn ihr darauf auch Bock habt, dann schreibt mir bitte jetzt in die Kommentare, was euch interessiert. Und natürlich nicht vergessen, abonnieren und Glocke aktivieren. Cheers!